Die Tür ist... Huuuuh... Mir hat wieder was ins Ohr gepustet, oder was tut es? Echt jetzt? Jaaa... Das ist wirklich gefährlich. Nee, ich hab nix gehört. Komm, was tut es? Jetzt ernsthaft mal. Nee, ich hab nix gehört. Okay, weil das hat wieder so... Schon wieder. Oh, das ist ja krass. Wie er lügt. Alex, ich hab den scheiß Chat auf, ne? Oh, ihr Verräter! Ihr Verräter!